Wir sind zwei Punkte vorne und alles andere interessiert mich aktuell nicht. Wir wollen das Spiel gegen Köln gewinnen und dann gucken wir, wie es dann danach aussieht. Es sind noch einige Spiele zu spielen. Wir haben selbst gerade eben erfahren, wie schnell die Dinge sich ändern können. Wir müssen konzentriert bleiben, wir müssen selbstbewusst bleiben. Da haben wir alle einen Grund dazu. Und wir müssen schauen, dass wir unsere Spiele gewinnen. Wir müssen auf uns gucken. Ich muss der Mannschaft schon ein riesiges Kompliment machen. Natürlich haben wir gegen Bielefeld und gegen Gladbach Punkte liegen lassen. Aber die Mentalität der Mannschaft, auch die Art und Weise, wie sie sich immer wieder trainiert, wie sie sich immer wieder motiviert, ist herausragend. Deswegen sehe ich uns nicht als Gegner, sondern ich glaube, dass die Mannschaft genau diese Einstellung hat, die man braucht, um erfolgreich eine Saison zu Ende zu spielen. Und da bin ich guter Dinge, weil ich einfach auch den Willen spüre. Ich glaube, dass es nicht so gut ist. Das war so. Ich glaube, es war so. Es war super. Ich glaube, es war so, die beiden anderen in der Geschichte.